Hallo, ich bin die Frau Jumok. Ich bin seit 1999 an der Erz-Reuter-Schule. Heute wollen wir unsere Menü von der Erz-Reuter-Schule euch mal zeigen. Bei uns gibt es jede Woche ein neues Menü, das in Absprache mit einem Ernährungsberater angeboten wird. Dafür gibt es auch Anmeldeformulare, aber auch Online-Anmeldungen. Aufgrund von Corona holen sich die Schüler aktuell das Essen ab. Nach der Schule freue ich mich am meisten auf die Cafeteria, weil das Essen dort so lecker ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017